Es ist höchste Zeit, die norwegisch-deutsche Freundschaft zu vertiefen. Tirel Eckhoff nutzt die schöne Aussicht des Hotels, um der Garmisch-Partenkirchnerin ihre Heimat zu zeigen. Ich war, als ich Kind war, in diesem grünen Platz. In dem grünen Platz? Ja. Echt? Ja. Und was ist der grüne Platz? Eine Galoppbahn. Echt? Ja, ja, ja. Die zwei fühlen sich verbunden, auch durch diesen besonderen Ort. Tirel Eckhoff erfüllte sich einen Kindheitstraum, als sie ihren ersten großen Sieg, ausgerechnet bei der Heim-WM, vor einem Jahr feierte. Gold im Sprint. Fassungslos für Glück feierte sie gemeinsam mit der Prinz-Medaillengewinnerin Laura Dahlmeier und ist irgendwie immer noch sprachlos. Du musst sprechen. Ich muss sprechen. Ja, auf alle Fälle. Also es war phänomenal und super cool vor der Kulisse. Das erste Rennen, es hat gleich alles geklappt, es ist aufgegangen. Und ja, natürlich macht es auch Spaß, wenn man dann gemeinsam auf dem Podium steht und sich gemeinsam freuen kann. Und es war echt ein richtig schöner Tag. Schöner Tag, schöne Wochen. Tirel Eckhoff und Laura Dahlmeier durchleben gemeinsam eine wunderbare Weltmeisterschaft. Die beiden gewinnen zusammen acht Medaillen. Oslo ist genau der richtige Ort für sie. Auch dieses Mal. Ich freue mich nur und ja, ich denke, es ist sehr fun with Laura und ja, ich hoffe, viele Menschen kommen. Ja, ja, die schwere deutsche Sprache. Haben wir schon geübt, die Begrüßung? Ja, grüßt ihr. Grüßt ihr? Genau. Und dann die Antwort, was? Fürt ihr? Fürt ihr. Ja. Das ist uns zu einfach. Die Biathlon-Deutschstunde. Schlagbolzenbruch. Schlagbolzen. Kennst du? Ja, das ist der Dunk-Dunk-Dunk. Nein. Nein, das ist der Hetzschlag. Und jetzt geht's nochmal los. Zum großen Weltcup-Finale am Holmenkollen. Ich bin echt richtig gern hier und darum macht es auch super viel Spaß, dass wir jetzt dieses Jahr hier das Finale haben und einfach wieder zurückkommen an die Strecken. Zum Ende dieser phänomenalen Saison passt Oslo ganz gut. Tirel Eckhoff und Laura Dahlmeier wollen es einfach so machen wie letztes Jahr. Mit Erfolg und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.